Also ich habe das Spiel noch nicht mal gestartet, ich weiß nicht mehr, ob es funktioniert. Wir finden es raus. Stimmt, es sieht wirklich aus wie Sims, wegen dieser Dinger hier, ne? New Game. Okay, wir haben hier Mr. Beast zur Auswahl. Bingo Bob. Wie komme ich denn nach links, Alter? Cheatles, was ist das denn? Ist das Dings? Ja, ich wollte gerade sagen, aus Rick and Morty. Okay, dann erkenne ich hier Corinna Kopf. Wir haben letztens noch reagiert darauf, auf den David Dobrik Vlog. Sie hat einen OnlyFans Account eröffnet, hat in 48 Stunden einfach über eine Million Dollar Umsatz gemacht. Okay, warte, aber ich will auf jeden Fall hier, ich will Cheatles spielen. Wovon, Bingo Bob wäre auch lustig. Wir spielen Cheatles. Ready. Okay, wir als D-Move. Look. Sit down. Chair Simulator. Okay, das sind wir. Ich würde sagen, der Charakter hier heißt Bob. Ja, so, Hutz, danke schön für 13 Monate Resub, Kuss geht raus. Oder wisst ihr was, ich fühle, ne, das ist kein Bob. Ich finde, das ist ein Karl. Das ist Karl. Ich fühle vor allem die Flecken auf dem Unterhemd. Die gehen richtig ab. So, Karl, dann bewegen wir uns mal hier. Okay, da ist ein Fernseher. Kann man damit interagieren? Okay, wir haben ein Inventar. Da ist ein Klappstuhl drin. Perfekt. Karl, setz dich! Chair. Okay, wir sitzen. Bisher komme ich sehr gut klar mit diesem Spiel. Perfekt. Okay, und da oben ist ein Pain in the Ass-O-Meter. Das bedeutet, wahrscheinlich, wenn das voll ist, dann tut unser Arsch weh. Richtig? Okay. Karl, du machst das super. Karl, bester Mann, bleibst du, wie du bist. Woo! You spin my head right round, right round, when you go down. Sit points generating slowly. Okay. Je unbequemer es wird, desto langsamer generieren wir Punkte. Das ist schon mal gut zu wissen. Und sitzen. Vor allem die Stimme. Die Stimme fühle ich. Achtung. Chair. Chair. Alter, Karl, Ehrenmann, bleibst du, wie du bist. Bester Mann. Können wir den Raum verlassen? Oh, wir können sprinten. Oh, wichtig. Wir können ja rausgehen. Das ist auch gar nicht Ikea, auf jeden Fall. Welcome to Mischief. Oh mein Gott. Wir sind bei Ikea. Let's go. Ey, wo ich die Pfeile hier sehe, kleiner Funfact am Rande, wusstet ihr, dass so ein Typ in den USA ein fettes Gerichtsverfahren gekriegt hat, weil er in dem Ikea so Pfeile auf den Boden geklebt hat, zusätzlich zu den anderen Pfeilen und hat ein unendliches Labyrinth gebaut und die Leute kamen nicht raus aus dem Ikea, eine Massepanik ist ausgebrochen und er hat eine fette Anzeige gekriegt. Kleiner Funfact am Rande, so. Nope, kein Funfact, die Geschichte ist leider fake. Bastard. Was gibt's denn hier Schönes? Ah, okay. Das kostet also Geld. Und ich habe exakt kein Geld, weil ich kann mir nicht mal den 50-Euro-Stuhl leisten. Das ist actually sad. Aber ich will wenigstens schon mal ein bisschen gucken. Ja, wir kaufen nichts, okay. Aber ich bin am gucken. Ihr müsst euch das so vorstellen. Karl ist Rentner, gerade eben in Rente gegangen. Kommt aus Sachsen. Hat die Hände hinterm Rücken zusammengefaltet. Und will hier ganz entspannt einfach mal entlang schlendern. Der will nichts kaufen, der braucht doch keine Hilfe vom Verkäufer. Karl will einfach gucken. Oh, den fühle ich aber hier. Das sieht chillig aus. Boah, der sieht so unbequem aus, aber irgendwie cool. Hocker, auf jeden Fall das Bequemste, was es gibt. Oh, nächster Raum. Oh mein Gott, der Iron Throne. Wie viel kostet der? 800. Oh mein Gott, den holen wir sowas von. Okay, den holen wir aber sowas, sowas von. Was haben wir hier noch? Oh, den Knutschmund, den will ich auch haben. Was haben wir hier? F22 Ejection. Ist das ein elektrischer Stuhl? Ejection Seed. Oder ist das ein Weltraum-Sessel aus einer Rakete? Okay, ich wollte gerade sagen, das sieht eher aus wie ein Sportgerät hier. Das ist was, wenn Karl Nachwuchs hat. Okay. Ja, die gucken wir uns später in Ruhe an. Erstmal muss ich Geld verdienen. Warte mal. Oh mein Gott, ein unendliches Labyrinth. Wo geht's denn raus? Ich muss raus. Ich muss raus. Wo geht's denn raus aus dem Ikea? Müssen wir rückwärts rausgehen? Nee, das ist nicht Ikea. Ikea geht im Kreis. Punkt. Ey, so oft wie ich Ikea ja zu diesem Stream sage, ne? Ikea, Sponsoring bitte, danke. Ah, Exit. Tatsache. Nee, 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 nee. Das ist unrealistisch. Das ist sehr unrealistisch. Okay, wir sind wieder zu Hause. Lass uns sitzen. Ja, gutes Spiel. Gefällt mir tatsächlich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Matti, es ist kein Ikea. Doch. Es ist Ikea. Punkt. Nee, das ist nicht Ikea. Ach, ein Schleudersitz. Okay, 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 okay. Ein Schleudersitz aus dem Kampfjet. War das gerade, ne? Warte, guck mal, du bekommst mehr Geld für neue Stühle. Ja, ja, ich seh's. Wir generieren hier gerade ganz entspannt. Aber ich muss wieder aufstehen. Chair. Na, warte. Wie lasst du das einmal ganz abkühlen? Chair. Weil wir verdienen am schnellsten Geld, wenn ich das richtig verstanden hab, wenn die Skala möglichst klein bleibt. Kannst auch neben dem Fernseher sitzen. Oh mein Gott, Farbgeher. IQ 300, du bist der intelligenteste Mensch auf diesem Planeten. Okay, wie weit weg sitzen wir? Ich würde sagen, wir sitzen genau hier. Ach, verdammt. So nah dran, wie es nur geht. Ist ein sehr kleiner Bildschirm. Ich seh gerade, mein Greenscreen spackt übelst rum. Sorry dafür, Freunde. Moment. So, dann spackt's schon mal ein bisschen weniger. I'm very sorry about that. Entschuldigung. Professioneller Streamer is da. Aber es geht gleich weg, so wird die Sonne verschwindet. Okay. Lass uns ein bisschen fernsehen. Was gibt's denn Schönes zu sehen? Disney Plus, okay. HBO, Hulu, Netflix, Prime und YouTube TV. Oh, was ist das denn hier? Streams.fm. Oha. Sponsoring haben die gekriegt für ihr Spiel. Interessant. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir doch die neuen Videos von Fabian Magic, oder? Dann lass uns doch mal ein bisschen was von Fabian Magic gucken. Nee, das ist aber geklaut von dem MrTracksXL, oder? Gucken wir ein anderes Video von dem. Nee, das ist geklaut von Dan Rhodes, oder? Ja, das ist eindeutig von Dan Rhodes geklaut. Das sieht man. Fabian, was war denn los? Nee. Nee, lass umschalten. Lass was anderes gucken. Das hast du verwechselt. Achso, okay, okay, okay. Entschuldigung. Ah, warte, ich muss hier so den hier machen, damit wir schneller die Münzen sammeln. Das O in Fabian steht für Original Content. Ah, nein, Freunde. Gar kein böses Blut gegen Fabian. Fabian Ehrenmann, bleibst du, wie du bist. Übrigens, Freunde, ganz kurz an der Stelle. Kleine Werbung für den Haido. Haido hat es nämlich geschafft. Haido ist endlich Twitch-Partner. Der hat sich jetzt irgendwie fünfmal oder so beworben. Wurde viermal abgelehnt. Und jetzt beim fünften Mal. Endlich haben die den genommen. Schaut auf jeden Fall bei High vorbei. Der macht nämlich, wenn euch so Gaming-Content gefällt, der macht nämlich fast ausschließlich Gaming. Und zwar zockt der vor allem Genshin Impact. Echt der lustigste Streamer, den es gibt in Deutschland. Oha, schreibt er in den Chat. Oha, warte, was ist das denn da für ein Haken neben deinem Namen? Hat kein anderer Streamer so sehr verdient wie du. Wirklich Glückwunsch dazu. Wo kann ich das denn einstellen? Was meinst du mit das Symbol neben Chat? Ah, okay. Kontoeinstellungen. Hä? Was, 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 was passiert? Nein! Ich saß zu lange in dem Stuhl. Ich bin gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Ich hab alle Stühle verloren und alle Sitzpunkte. Ja, und jetzt? New Game. Darf doch nicht wahr sein. So, nehmen wir nochmal den Karl hier. Jetzt husteln wir richtig rein, Freunde. So, Karl. Let's go. Hebt den Stuhl auf. Zack. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einen Genshin-Stream von Hai. Let's go. Okay, okay. Wir müssen jetzt reinhusteln, Freunde. Also ich kann... Oh, Carpeti. Dankeschön für sieben Monate Resub. Kuss. Indie Games testen ist ein gutes Format. Ja, ja, ja. Fühl ich aber auch. Um hier erfolgreich dieses Spiel zu spielen, on-stream. Das darf nur nebenher passieren. Wir müssen jetzt ein eigenes Spiel im Chat entwickeln. Da machen wir jetzt das ultimative Matti-Quiz, okay? Ich stelle euch jetzt Quizfragen. Beantwortet die im Chat. Und der, der die als erstes richtig beantwortet hat, der kriegt von mir einen Luftkuss. Aber, aber einen anderen Luftkuss. In welchem Jahr habe ich meinen allerersten YouTube-Kanal eröffnet? So, Jojo hat's schon mal falsch gemacht. Ah ja, Nick Nolte. 2008. Absolut korrekt. Achtung, Achtung. So einer nämlich. Immer wenn der Charakter aufstehen muss, müssen wir auch aufstehen. Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Auf jeden Fall. Wir spielen das jetzt interaktiv, das Spiel, Freunde. Achtung, 3, 2, 1. Chair. Alle 2008, 10 Sekunden später. In welchem Jahr? Okay, das ist blöd. Das tut mir leid natürlich, wenn ihr so eine Verzögerung habt, ne? Und dabei Chair sagen. Ja, egal wo ihr seid. Wenn ihr diesen Stream gerade in der Bahn guckt, sorry dafür. Achtung, 3, 2, 1. Chair. Ne. Ah, ich hab's verkackt. Und? Chair. Mann! Ich hab's verkackt. Bin auch platt vom Sport, ja? Das ist jetzt dein Cooldown. So musst du das sehen, weißt du? Auf, auf, auf IQ 300. Weh, irgendwer macht nicht mit. Ja, ja, ich, ich merk das. Wenn wer nicht mitmacht, ich, ich merk das. So, Freunde, wir müssen gleich wieder aufstehen, okay? Ist mir zu anstrengend, von der Couch aufzustehen. Ja, aber da musst du wenigstens dein Bein hochheben, okay? Achtung, 3, 2, 1. Chair. Gibt es diese Spiele auf Steam? Yes, die hab ich alle auf Steam einfach kostenlos runtergeladen. Äh, runtergeladen. Runtergeladen. So, Achtung, Freunde, 3, 2, 1. Chair. Frage Nummer 2. Wie viele Somnium-Editionen wurden schon veröffentlicht von uns? Ah, ja. Darkrise hat das als erstes richtig. Achtung, aufstehen. Chair. Darkrise, herzlichen Glückwunsch, du hast absolut recht. Sechs Editionen wurden veröffentlicht. Ich mit Stehtisch, I don't have such weakness. Okay, Achtung, aufstehen. Sitzen. Chair. Nächste Frage. Wie ist der Name, also welchen Namen hatte die günstigste Somnium-Edition, die wir bisher rausgebracht haben? Welche Edition hat am wenigsten gekostet bisher? Yes! Philuk. Shadow ist korrekt. Darauf einmal einen. Aufstehen. Und Chair. Philuk, du kriegst einmal von mir den hier. Auf deine Wimpern. Und Darkrise war das vorhin, ne? Darkrise, du kriegst, guck mal, guck mal, du kriegst den Finger hier. Den magischen Pinky. So, Achtung, aufstehen. Und Chair. Bin gerade gekommen. Warum alles so random? Chair. Oh mein Gott, stellt euch jetzt vor. POV. Du stöberst auf der Twitch-Startseite, siehst diesen Stream im Vorschlag und denkst so, ja, ich klicke da mal drauf, was soll's. Und landest jetzt einfach in diesem Moment in diesem Stream. Stell dich vor, Jew-Rated nochmal. Achtung, aufstehen. Und? Chair. Wenn Matti zum Friseur geht und der Friseur fragt, was soll's sein? Matti. Hair. Nein, geht das wieder los? Wenn eine Feministin den Matti fragt, welche Pronomen er denn hätte? Er. So, aufstehen. Chair. Nein. Mann, jetzt geht das wieder los. Danke, Bro. Toll, ey. Wenn du einen Deutschrap-Fan fragst, wer denn sein liebster Rapper wäre? Flair. So, aufstehen. Chair. Oh, ich bin auf Level 2 jetzt. Da braucht man 1000 XP. Das ist ja übertrieben, ey. Meint ihr, wir kriegen mehr Münzen, wenn wir mehr Stühle kaufen? Soll ich mal testweise einen 50-Punkte-Stuhl kaufen? Ich glaub, das machen wir einmal. Ich teste das mal. Wir gehen mal zu Ikea. Lass uns mal so einen 50-Punkte-Stuhl kaufen. Lass mal den hier nehmen, okay? Ah, jetzt. Sehr unbequem ist der für ihn. 25 Coins kostet der. Was bedeutet das? 25. Ah, 25 Punkte pro Minute dann. Okay, wie wäre das hier, wenn ich den elektrischen Stuhl kaufen würde? Oh, der gibt dann auch mehr Punkte. Okay, das heißt, je teurer der Stuhl... Oh mein Gott, je teurer der Stuhl, desto mehr verdienen wir. Also, desto schneller. Hätte ich vier Punkte mehr geholt, dann können wir jetzt den hier holen. Den würde ich sogar fühlen. Dann lass uns den hier nehmen. Dann muss ich einmal kurz noch vier Punkte verdienen. Das geht ja ganz schnell. Der Beanbag war für 50 zu haben. Ja, aber wenn er nur für 50 zu haben ist, ist er ja nicht so... Nicht so bequem. Chair. So, jetzt haben wir 400. Dann gehen wir nochmal zu Ikea rüber. Und gucken, was wir für 400 kriegen hier. Aber ich will den hier haben, der sieht lustig aus. Den will ich jetzt haben. Kaufen. Jawohl. Ab nach Hause. Schnell, ich muss sitzen. Chair. Oh, das geht viel schneller. Guck mal, wie schnell das geht. Jawohl. Ah, gutes Investment war das, Freunde. Ein sehr gutes Investment. Guck dir diese Rendite an, Freunde. Alter, Karl. Du bist eine Legende. Weißt du das, Karl? Karl. Karl. Absoluter Ehrenmann. Karl, bester Mann, bleibst du, wie du bist. Achtung, aufstehen. Chair. So, ich hab mir die Inneneinrichtung noch gar nicht genau angeschaut. Pflanze. Interessant. Die glotzt es ja aus. Ah, jetzt läuft sie wieder, okay. Aufstehen. Chair. Da ist auch noch eine Pflanze und da haben wir ein Zebra-Gemälde. Das ist eine interessante Lampe. Ich weiß nicht, ob die auch von Ikea ist. Da liegt ein Teppich vor der Tür. Und da hinten, was liegt da hinten? Das würde ich eigentlich gerne rausfinden, aber ich will jetzt ja auch nicht aufstehen, ne? Das ist natürlich auch blöd. Aber wirklich, Props gehen raus an die Entwickler. Ist einfach das beste Spiel, das wir jemals gespielt haben in diesem Stream. Bestes Spiel ever. Ach, das soll ein Radio sein. Okay. Das will ich mir gleich selber nochmal angucken. Aber bestes Spiel ever, wirklich. Die Atmosphäre, elf von zehn. Spielmechanics, Physik, elf von zehn. Wirklich, du musst ganz schlau dir eine perfekte Strategie entwickeln. Das ist einfach das Rundum-Paket. Aufstehen. Chair. Es ist wirklich das perfekte Rundum-Paket. Ich hab noch nie so ein gutes Spiel gespielt. Ja, die Musik auch. Die Musik erinnert mich actually auch so ein bisschen an Sims. Grafik, elf von zehn. Ja, ja. Besser als Cyberpunk? Sowas von. Also ich sollte auf jeden Fall in die investieren und nicht in CD Projekt Red. Definitiv. Das Spielerlebnis haut einen echt vom Stuhl. Absolut, absolut. I see what you did there, bro. Fehlt nicht mehr viel. 150. Eugen noch. Bis zum Iron Throne. Ubisoft, EA, etc. Soll sich mal da von der Scheibe abschneiden. Ganz deiner Meinung, Mortem. Ganz deiner Meinung. Chairs-Musik besser als Star Wars-Musik. Ganz ruhig, Freundchen. Ganz ruhig. Es gibt Grenzen. Aufstehen. Chair. Eins in den Chat, wer jetzt immer noch mit aufsteht. Jedes Mal, wenn ich aufstehe. Als ob. Sind das so viele, die das noch aktiv mitmachen? Ehre. Ich küsse eure wunderschönen Seelen, Bro. Leute, nur noch 40 Eugen. Gleich geht's in Iron Throne. Noch 30. Schaffen wir das, bis der vierte Balken voll ist? Nee. Ah, schade. Aufstehen. Chair. Achtung. Und. Okay. Was ist das hier in Radio? Ich würde sagen, das sind Bücher. Ab zu Ikea. Alter, jetzt kaufen wir den Iron Throne. Aber sowas von kaufen wir jetzt den Iron Throne. Oh mein Gott, da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Looks directly at the camera we all lose when we play this game of Thrones. Warte. Der bringt nur... Der hat auch nur vier Sterne? Kann gar nicht erkennen, wie viele der einem bringt. Ist der nicht besser als der, den wir jetzt haben für 200 oder für 400? Egal, wir kaufen den einfach aus Prinzip. Let's go. Und den tragen wir jetzt einfach ganz entspannt auf unserem Kopf nach Hause. Man kennt ihn. Oh, der sieht aber auch sehr bequem aus. Der Friseurstuhl. So, ab nach Hause damit. Und ich würde sagen, den stellen wir dramatisch in die Ecke, okay? Genau dahin. Oh. Oha. Dreier Münzen kriegen wir jetzt. So muss das nämlich sein. Ich habe gerade übrigens Level 3 erreicht. Was passiert, wenn ich jetzt einen 50er Stuhl nochmal kaufe? Hier, zum Beispiel das Ding hier. Das hat nur einen Stern. Habe ich das jetzt im Inventar? Ja, okay. Ich muss den also gar nicht rübertragen. Kann ich da auch einfach so rüber gehen nach Hause? Der kommt dann in die Ecke hier. Ah, das bringt dann nur eine Münze. Aber es geht schneller. Es geht schneller, weil ich auf Level 3 bin. Aber es gibt nur eine Münze. Okidoki. Verstehe. Ich würde sagen, dann bauen wir jetzt ein Imperium. Oha. Fünfer sogar. Hier kriege ich fünf Münzen. Und auf dem hier? Chair. Auf dem 3? Ja, dann ab auf den Iron Throne, ne? Oh, oh mein Gott. Alter Schwede. Ziel, jeden Stuhl einmal haben. Aber sowas von. Sowas von. Wir wollen jeden Stuhl einmal haben. Punkt. Ach, guck mal, wie schnell das hier geht, ey. Alter Verwalter. Guck mal. Warum steht der denn so halb in der Wand? Ja, du hast recht. Eigentlich den Iron Throne müssen wir in die Mitte des Raumes placen. Genau so. Ja, aber mit Blick zur Tür. Auf Dramatisch. Oh, guckt euch das mal an. Okay, Kamerafahrt unterbrochen nochmal. Es dauert deutlich länger, bis wir wieder aufstehen müssen. Das ist absolut korrekt. Kannst du dich nochmal kurz auf den Gelben stellen, damit deine... Auf den Gelben setzen, damit deine Mützenanzahl durch 5 teilbar ist? Ja, du hast schon recht. Ist schon eher satisfying. Chair. So. Dank mir später, Leute mit OCD. Chair. Ah, schon besser. Schon besser. Wie wär's denn mit dieser Lippen-Couch? Ich glaub, die kostet 1000 oder so. Das kriegen wir ja jetzt ganz schnell hin eigentlich. Fast 1000. Ja, ich würd sagen, wir kaufen noch einen letzten Stuhl. Chair. Chair. Warum ist das nicht mit euch 5 teilbar? Habe ich zu lange gewartet oder warum? Ähm, wir gehen noch einmal rüber. Kaufen noch einen letzten Stuhl. Oh, 1250 kostet der. Der hat aber 5 von 5 Sternen. Oh, den brauchen wir. Komm, dann chillen wir nochmal kurz auf den Iron Throne, Freunde. Auf schnell. So, und jetzt haben wir auch genug Moneten für den elektrischen Stuhl. Oh mein Gott, das wird mein Highlight. Lasst uns den Karl einfach mal exekutieren. So, wohin damit? Der kommt in die Ecke. Achtung. Karl, es war meine Ehre. Oh mein Gott. Wir dürfen da nur kurz sitzen, weil wir sonst exekutiert werden. Aber wir kriegen instant 18 Münzen. Oh, minus 9. Das gibt Münzabzug, wenn wir zu lang sitzen. Okay, das war actually richtig dumm. Doch, wir... Nee. Plus 18, ja. Ich weiß gerade nicht, ob das schneller ist, hier die 18 Münzen zu kassieren. Oder mich auf den Iron Throne zu setzen. Setze ich auf den Iron Throne, ob es jetzt mehr gibt? Nee, dürfte es nicht. Plus 5 nach wie vor. 3, 4. Jetzt habe ich 20. Ja, okay, das ist tatsächlich ein bisschen schneller, hier drauf zu sitzen. Ein bisschen schneller geht es, aber man darf da nicht... Man darf... Alle, die jetzt mitmachen, hassen, man... Richtig. Ja, wenn wir da auch nur eine Sekunde oder zwei Sekunden drin sitzen, sind wir einfach tot. Rest in Peace, Alter. Rip Karl. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben es erreicht. Wir haben den elektrischen Stuhl. Besser wird es nicht mehr. Aber lasst uns doch mal kurz gucken für 400, ob wir noch einen einkaufen können. Der sieht hier tatsächlich richtig bequem aus, Alter. Der sieht gut aus. Hat er auch 5 Sterne. Wie viel kostet denn dieser Knutschmund? Kostet 800, okay. Ey, den können wir holen. Den kaufen wir. Aber sowas von kaufen wir den. Aber was mich kurz interessiert für die Freunde... Was gibt es denn noch für Stühle? Jetzt lasst uns mal kurz noch eben zum Abschluss alle anderen Stühle angucken, die es hier gibt. Oh, auch sehr cool. So ein Yoga-Ball ist immer wieder ganz cool. Einfach ein Zug. Zug sitzt. In der Toilette. Oh mein Gott, es gibt ein Klo. Und hier auch nochmal so ein Babatron, Alter. Okay, eigentlich brauchen wir die Toilette, Freunde. Wir brauchen das Klo. Wir brauchen das jetzt. Kostet einfach Zoll von 150. Ist mit unter anderem das teuerste Item. Okay, wir testen einmal kurz den Schleudersitz. Wahrscheinlich dürfen wir da auch wieder nur so kurz drin sitzen. Wir brauchen das Klo, Freunde. Wir brauchen das Klo. Achtung. Da können wir aber relativ lang drin sitzen, ohne dass es wehtut. Aber das gibt nicht so viele Münzen. Also der Iron Throne gibt da schneller die Münzen. Der macht das hier in Fünfer-Schritten. Und der ist natürlich legendär hier. Der elektrische Stuhl, Alter. Okay, Freunde, es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit für den besten Stuhl in diesem Spiel. Wenn wir den freigeschaltet haben, Alter, haben wir einfach den Legenden-Status erreicht. Da ist er. Die Toilette. Let's go, der Hase. Okay, auf geht's mit der Toilette. Zurück nach Hause. Aber nicht schwitzen. Nee, 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 niemals. Ich schwitze nicht beim Kacken. Ich kacke beim Schwitzen. So ein Ding ist das. Kann ich das hier placen? Oh mein Gott. Wir können im Laden sitzen. Wir brauchen die gar nicht nach Hause bringen. Ich will den aber zu Hause haben. Gut, dass ich das Ganze zum Schluss rauskriege. Ich würde sagen, das Klo kommt hier in die Ecke. Hä? Wo ist das Klo hin? Geht das schneller als Dings auf dem elektrischen Stuhl? Könnte schneller gehen. Ja, ich glaube, das geht schneller. Kannst du Carl bitte exekutieren, wenn du das Game ausschaltest? Nee, ich will da weiterspielen beim nächsten Mal. Ich will den doch nicht exekutieren. Wir sind heute schon einmal gestorben. Okay, es geht schneller. Ja, ich würde sagen, das war es dann für heute. Jetzt müsst ihr das Game natürlich bewerten. Freunde, auf der Skala von 1 bis 10. Wie viele Punkte würdet ihr dem Spiel geben? Was sagt der Chat? Ich warte erst mal, was ihr sagt, bevor ich meine Meinung mit euch teile. Der Simpsikind sagt 11. Magic Jonas auch. Oh, es sagen ausgesprochen viele Menschen 11 bei einer Skala von 1 bis 10. Dipsinator sagt 69 von 10. Interessant, interessant. Sehr viele 11 von 10 Bewertungen. Ich würde dem Spiel tatsächlich ebenfalls eine 11 von 10 geben. Chair Simulator hat alles, was ein Spiel braucht. Perfekte Grafik. Perfekter Soundtrack. Super viel Abwechslung. Man kann so viele Dinge machen. Eine unglaublich schöne Singleplayer-Kampagne. Aber auch der Multiplayer-Mode ist einfach nur beeindruckend. Ja, ich finde gut, wie die mit Hackern umgehen und mit Cheatern. Ich weiß nicht, was ich da noch sonst noch sagen soll zu. Chair Simulator ist das beste Spiel überhaupt. Und ich kann es euch nur empfehlen. Oha, man sieht ein bisschen was von der Umgebung. Oh, wunderschön. Schönes Haus daneben. Ich hatte den Spielstand ja extra aufgehoben, um im nächsten Stream auch wieder spielen zu können. Einen Stream später passierte das hier. Ich kaufte einen neuen Stuhl. Okay. Hat aber drei Sterne dafür, dass er nur 50 kostet. Was ist denn jetzt passiert? Ich begreife das nicht. Es gibt einen Killer.